Ja Leute, neue Folge Neverwall, herzlich willkommen und wir waren stehen geblieben bei Level 11. Dieses Level mit den Teleportern, das sieht eigentlich so schwer nicht aus, würde ich mal behaupten. Wichtig ist, weil die Teleporter auch, ich sag mal, die Richtung mit, uiuiuiui, vorgeben. Uiuiui, jetzt war ich ein bisschen unaufmerksam gerade hier. Also durch die Teleporter nimmt man den Schwung mit, das werdet ihr jetzt gleich sehen. Oh, jetzt war ich doch zu schnell gewesen. Also wenn ich durch den Teleporter sozusagen nach links rolle, dann rollt die Kugel am anderen Teleporter auch nach links. Und nach vorne, hoffentlich reicht das, ja. Und da sind wir runtergefallen, na gut. Ich glaube auch, wir müssen hier ein bisschen aufs Gas treten. Oh, was ist jetzt hier gefragt? Hm. Ach so. Ah cool, so schwer war das jetzt nicht, das Level. Und wir gehen direkt ins nächste Level. Exaktes Timing bei den Schaltern synchronisiert die Bewegung der Plattform, bewegen sie sich schnell über die Zwischenräume. Was machen die Schalter hier? Hm. Ach so. Uuuuiuiui. Hm. 40 Münzen. Könnte man auch theoretisch hier an der Kante langrollen. Das finde ich immer interessant, so den Versuch. Na, geht scheinbar nicht. Hm. Hm. Halt! Ach. Ach so, das war jetzt die Plattform. Ich wollte eigentlich erst die vordere auslösen. Ach, ich kann die auch anhalten. Ach so, na dann. Komme ich jetzt hier einfach mal so vorbei? Nee. Ready? Set. Go. 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 Ich stelle mal wieder auf die andere Perspektive, auf diese Verfolgungsperspektive. Na, kommt die Plattform jetzt mal wieder? Da ist er. Hm. Ich könnte auch einfach mal die hier bei den blauen Münzen anhalten. Ich habe gesagt, bei den blauen Münzen anhalten. Na gut, anhalten nicht. Oh. Oh. Hm. das war jetzt nicht so optimal ja So gesehen bin ich fast am Ziel, aber ich weiß gar nicht, wie ich jetzt hier rüberkommen soll. Vermutlich gar nicht. Ui, es war aber knapp jetzt. Also mit dem richtigen Timing ist dieses Level hier definitiv machbar. Oh. Hm. Oh. Los, 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 komm, 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 komm. Um. Hm. Oh. Ich muss die beide gleichzeitig auslösen, das ist natürlich logisch. Hätte ich auch eher drauf kommen können. Also richtig gleichzeitig lösen die nicht aus. Jetzt. Ne, es war immer noch nicht gleichzeitig. Fertig. Hm. Das war ich mir noch zu früh. Jetzt. Ne, immer noch nicht. Also ich muss hier richtig, ich sag mal relativ spät jetzt vielleicht. Ne, das war es auch noch nicht. Sag mal, wie spät muss ich denn den hier auslösen. Set, go. Set, go. Jetzt. Oh, das war immer noch. Set, go. Jetzt. Ah, noch ein Stück später und dann dürfte das eigentlich passen. Jetzt. Ja. Halt. Wobei das schon recht... Hm. Jetzt war es wieder zu früh. Jetzt. Oh, fast perfekt, Leute. So, los, 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 los. Kommt schon. Und rüber. Oh nein! Ist nicht wahr. Oh, ist das bitte. Das kriegen wir doch so nie wieder getimt. Oder? Jetzt. Oh, naja. Oh, naja. Ich stelle jetzt mal wieder auf die manuelle Kamera ein. Halt, 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 halt. Oh, kack. Das wär's doch fast gewesen jetzt. Jetzt werden doch bloß nur irgendwie zum Stehen kommen müssen. Jetzt. Ich glaub, zeitlich kann man das definitiv schaffen. Achtung. Und los. Jetzt. Huh. Halt, 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 halt. Jetzt nur nix. Nur keine falsche. Nur kein Risiko eingehen. So, jetzt der letzte. Und go, 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 go. Ja. Und das passt. Wow. Huh. Nächster Level. Viel Spaß beim Sammeln der roten und blauen Münzen. Ja, ich glaube, das werden wir haben. Wow. Uiuiui. So. Verfolgerperspektive einstellen. Halt, 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 halt. Och. 50 Münzen brauche ich hier. Wow. Aber die Plattform hier wird ja zum Glück immer größer. Das scheint ja doch nicht so schwer zu sein, ja. Uiuiuiui. Jetzt aber vorsichtig. Uiuiuiui. 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 Nur mit der Ruhe. Nur mit der Ruhe. Nur mit der Ruhe. Oh. Nein, nein. Uuuuh. Oh. Wow. Nächster Level. Level 14. Keine Angst, dass der grüne Teil bewegt sich nicht. Schauen wir mal kurz rein. Oh. Ist nicht wahr. Was ist das für ein Level? Das machen wir in der nächsten Folge. Und ich sage bis dahin einfach mal. Tschüss bis zur nächsten Folge. Und ja. Tschüss halt. Wie war das aufницаика FRN. Achbar das. Vielen Dank.